Durch den länglichen Raum, in den Zwischenraum, den Sie jetzt noch nicht sehen. In der Zwischenzeit geschieht die Tat. Jetzt ist sie geschehen und die rennen zur Hintertür alle wieder raus. Da kommen die letzten. Alle bis auf den Schützen. Die zweite Sequenz zeigt, was in den Zwischenraum geschieht. Da sitzen unbeteiligte Leute, da gehen die Rocker Richtung Opfer. Auch dann, wenn Sie gleich sehen, die drehen gleich wieder um. Drücken die beiseite, die hier im Weg stehen. Jetzt bricht sowas wie Panik aus. Sie verlassen den Lokal. Und das ist der Raum, in dem die Eintrachtschütze da ist, der Schütze. Der schießt achtmal in kurzer Zeit und verschwindet dann durch den Hinterhaus. KauLLINI disappointment.